Musik Die ersten Eindrücke von Nicaragua sind so, es ist bekannterweise ein sehr armes Land, aber ich war eigentlich überrascht, wie zufrieden und freundlich und nett die Menschen sind. Musik Mit dem Serienfahrrad, genau mit dem, werden wir versuchen, einen Weltrekord zu fahren. So kann man es im Shop kaufen, wenn man will. Eine Fahne und hinten gefedert, 20 cm Federweg, hydraulische Scheibenbremsen wie ein Motorrad, nur etwas leichter und kleiner. Schöne, grobstollige Reifen, um dann auch gut bremsen zu können. Musik Man muss sich schon nochmal ein bisschen körperlich beruhigen, ein bisschen ausruhen, dass man auch ein gutes Gefühl hat, das Bike, die Bremsen funktionieren und so weiter. Also Kleinigkeiten. Und dann halt einfach, ja, Helm auf. Kurz nochmal an die Linie denken. Und los geht's. Musik Musik 164. Oh, nein. Hallo! Du bist ein Champion! Hallo!